Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Banishers Ghosts of Eden. In der letzten Folge haben wir das Gewehr erhalten. Ich habe ja dann noch gesagt, ja, vielleicht mache ich was Off-Cam und so. Das ist auch tatsächlich passiert, allerdings spektakulär bzw. unspektakulärer als gedacht. Und zwar wollte ich ja eigentlich vielleicht wirklich eine Stunde, zwei zocken und farmen und so. Dazu ist es nicht gekommen, denn ich konnte ein, zwei Secrets finden. Und, ähm, oder Spielmechaniken besser gesagt und die möchte ich euch jetzt gerade zeigen. Und, ähm, deswegen konnte ich nicht farmen. Jo, das dazu. Ich bin fünf Minuten weit gelaufen und habe dann gesagt, ne gut, alles klar, das mache ich mit den Leuten wieder zusammen. Und zwar, was habe ich gemacht? Ich dachte mir, äh, wir zoomen mal rein. Wir zoomen mal rein. Hallo, Spiel? Also, falscher Button. Äh, ich gehe mal hier zum Anfang, zum Ursprung zurück. Wir haben nämlich dort von Anfang an, ähm, jetzt diese, ähm, Geistersicht durch Antea. Die war da ja noch gar nicht dabei, als Red dort aufgegabelt wurde, ähm, dort am Ufer, in der Höhle und so weiter. Ich glaube, es gibt auch... Hier bin ich nach den Geschehnissen im Gemeindezentrum aufgewacht. Genau. Ich fühlte mich so verloren. So verwirrt. Wie fühlst du dich jetzt? Eigentlich nicht anders. Genau. Es gibt noch so einen Dialog und so. Und, ähm, was noch wichtig ist, wir können hier tatsächlich durch Zufall geheimnisvolles Versteck. Dieses geheimnisvolle Rätsel wurde von einem Fremden geschrieben und weist, ähm, den Ort eines Schatzes hin. Das können wir lösen. Yay. Folge dem Wind. Verirr dich nicht. Lass dich nicht vom Sand fernhalten vom Licht. Ja, also irgendwie, ja, vielleicht eine Küstenregion, ähm, ja, Küstenregion und so weiter und so fort. Aber die Helden reagieren da drauf. Also wenn man in der Nähe ist, einfach nur, ähm, dann, ähm, findet man das schon. Und ein anderes Ding, diese komischen Lampen, die wir überall gesehen haben, wo ich immer schon gesagt habe, ja, vielleicht kann ich die abschießen, sammeln oder sonst was. Das ist auch tatsächlich so und das werdet ihr gleich sehen. Das sind im Prinzip die zwei Sachen, die ich hier gefunden habe. Ich glaube, die Lampe ist ein bisschen weiter vorne. Hier war dann überall nichts in dem Sinne. Ich kann mich mal nicht mehr daran erinnern, dass da jetzt irgendwas Besonderes war. Aber gleich kommt schon das mit diesem geheimnisvollen Versteck. Und dann seht ihr halt, wie die, wie die Helden da drauf reagieren. Ah, ich dachte, da könnten wir vielleicht auch was abknallen oder so. Ich glaube, jetzt hier ums Eck ist dann so eine Lampe. Und da habe ich irgend so einen Seelensplitter oder sowas bekommen. Genau, da ist das Ding. Wechseln wir auf ihn rüber, gehen in den Schuss und dann passiert das hier. Seelenscherbe. Ich glaube, wir sollten uns damit abfinden, dass New Eden von Dämonologen überlaufen ist. Genau. Wir können also diese Irrwische und Fallen und so weiter oder Geisterfallen dann halt hier abknallen und so. Und bekommen dann halt diese Gegenstände davon oder vielleicht noch andere. Und zwar Seelenscherbe. Ein unglaublicher Splitter eines Edelsteins mit weißer Färbung, der eine furchtbare, finstere Aura ausstrahlt, kann durch das Schießen auf Seelengreifer erlangt oder von Hexen erworben werden. Das ist also das eine Ding. Und das zweite Ding ist halt diese geheimnisvolle Schatzkarte. Geheimnisvolles... Genau, jetzt sagt es schon. Ein Schatz muss in der Nähe sein. Geheimnisvolles Versteck. Jo, und das werden wir jetzt auch noch finden. Und dann habe ich auch schon aufgehört. Und dann bin ich an der Stelle, wo ich so krass vorgefarmt habe. Das war hier irgendwo. Ich bin mir sicher, dass der Schatz hier irgendwo ist. Genau, und dann blinkt es auch direkt schon hier auf. Und das war es schon. So, verheimnis... Geheimnisvolles... Verheimnisvolles... Geheimnisvolles Versteck 2. Wunderschön. Du hast es fast zu mir geschafft. Beeindruckend. Lass uns die Sache jetzt noch interessanter machen. Mein erster zittert nicht, obwohl er gefroren ist. Eingelullt von einem lauten Fell bleibt er taub. Er schläft friedlich in seinem kleinen Boot. Mein zweiter, verborgen zwischen den Felsen im Schatten der Mühle, schläft mit den Füßen im Wasser und träumt davon, eines Tages das Meer zu erreichen. Finde sie und zusammen werden sie dich zu mir führen. Ja, also noch zwei Dinge, die wir finden müssen. Da ist auch jetzt so ein Häkchen dran. Daran kann man es auch noch erkennen, dass man das schon gelöst hat. Ja, wunderschön. Ja, und viel mehr ist eigentlich jetzt nicht passiert ohne euch. Allerdings mache ich jetzt genauso hier an der Stelle weiter. Oh, da hat was... Oh. Ja, wollte gerade sagen, ist das schon das Boot-Rätsel? Nee, hier kommt dann glaube ich noch ein Fight. Und dann habe ich halt, wie gesagt, den alten Spielstand jetzt geladen. Und hole euch jetzt hier an der Stelle mit. Ja, alles klar. Wisst ihr Bescheid? Viel mehr ist nicht passiert. Aber das ist schon spektakulär genug, finde ich. Ich würde sagen, wir schauen uns trotzdem hier nochmal kurz um. Leveln und looten hier und so weiter. Das machen wir jetzt noch in der Folge. Und dann geht es in der nächsten Folge oder so. Machen wir dann in der Story weiter. Dann mit der Bestie und so ein Kram. Dann sind wir, denke ich mal, gut aufgestellt. Wir können jetzt so die alten Regionen nochmal so ein bisschen Blümchen hier mitnehmen und so. Und wie gesagt, vielleicht die ein oder andere Lampe abschießen, die wir jetzt zufällig sehen. Und das ein oder andere Rätsel vielleicht lösen, was uns jetzt so ein bisschen anlächelt. Wie auch immer. Und wenn es nur ein bisschen looten und leveln ist oder, wie gesagt, Lampen abschießen. Es empfiehlt sich, glaube ich, auch die Welt rückwärts abzulaufen. Weil man dann einen anderen Blickwinkel hat. Dann sieht man Lampen auch eher und so ein Kram. Oder irgendwas blinken, was man so nett sah. Da hat doch gerade... Hat da nicht gerade was geblinkt? Ich habe es doch gesehen. Hier hat was geblinkt. War das ein Grafikfehler oder war das mein Auge? Ein Fehler meines Auges? Wie auch immer. Wir haben ja mehrere dieser Fackeln gesehen an manchen Stellen. Oder dieser Lichter, diese Ehrlichter, Geisterfallen, wie auch immer. An verschiedenen Orten. An ein, zwei kann ich mich auch noch erinnern. Umso mehr mal jetzt ins Midgame gehen, kann ich mich, denke ich mal, hoffentlich auch wieder dran erinnern. Denke ich mal. Mal sehen, ob es so ist. Und für was man die halt wirklich brauchen. Ich habe, glaube ich, geguckt zum Waffen aufwerten oder sowas. Was denn? Okay, das weiß ich auch nicht. Okay, also hier hat sich doch schon einiges getan. Hier im Early Game, wie auch immer. Aber hier können wir natürlich, logischerweise, auch noch Secrets eventuell abstauben. Ach stimmt, diese... Wie, wer ist mit einem Highland Kiss? Diese Armschiene habe ich jetzt nicht probiert, als das neue Item, das wir uns noch gekauft haben. War, glaube ich, eine Branche... Ah, ne, Quatsch, war der Heiltrank, ne? Hier, äh, wenn ein Gegner mit einem aufgeladenen, schweren Angriff getroffen wird, werden 5% der Lebenspunkte wiederhergestellt. Ich nutze das Ding jetzt mal. Und dann schauen wir uns das Ding mal an. Ist jetzt ausgerüstet. Wunderbar. Und dann schauen wir mal. So, und die haben ja gerade auf irgendwas reagiert. War das der Feind oder war das eine mögliche Schatztruhe irgendwo? Weil ich ja hier, wie gesagt, Anthea noch nicht mit am Start hatte. Etwas versteckt sich. Genau. Wunderbar. Jetzt belohnt mich das Spiel schon, dass ich hier am Anfang mal wieder vorbeigeschaut habe. Sehr schön. So, vielleicht noch die ein oder andere Lichtquelle da abballern. Wenn wir eine sehen. Wäre ganz nett. Lichtquelle, wo wart ihr? Oder Geister fallen, wie auch immer. Stimmt, wir sind hier, glaube ich, noch nach links gelaufen. Da war, glaube ich, auch noch irgendwas. Da haben wir vielleicht was gefunden. Das kann sein. Wie gesagt, Gold kriegen wir jetzt auch wieder rein. Was ich ja vielleicht eventuell falsch ausgegeben habe. Hier haben wir einen Pilz. Die Typen reagieren noch auf nichts. Von wegen, ey, hier ist nochmal ein Schatz oder sowas. Gut, egal. Ich finde es trotzdem immer mal ganz nice, ab und zu mal. So einen kurzen Step mal wieder nach hinten zu machen. Wie gesagt, um Inventar zu looten, eventuell ein Level mitzunehmen. Darum blinkt auch böse was rum. Und ein, zwei Secrets noch mitzunehmen. So, und jetzt können wir uns vielleicht auch mal treffen lassen. Ich gehe mal auf ihn wieder rüber. Lass dich mal treffen. Genau, jetzt hier. Und jetzt machen wir Heavy Attack und laden uns da irgendwie auf. Auch hier nochmal. Fünf Prozent Lebensrack. Ja, sieht man. Oder halt nach dem Kampf. Irgendwas ist jetzt passiert. Jetzt haben wir irgendwie mehrfache Heilung bekommen. Auf jeden Fall funktioniert es irgendwie. Wunderschön. Ist hier irgendwo eine Lampe? Nee. Oh, meine Stimme schon wieder. Die kackt nochmal voll ab. Dann sind wir hier hochgekrabbelt. Ist klar. Gut, dann machen wir das. Ein Blick auf die Karte kann auch nicht schaden. Ich kann ja mal gerade gucken, diese Utensilien hier. Und zwar diese Seelenscherbe. Ich gehe mal gerade hier auf unsere Ausrüstung. Gucke mal, ob irgendwo eine Seelenscherbe gebraucht wird. Ah ja, hier direkt schon. Okay, aufrüsten. Hier brauchen wir Wolle und Seelenscherbe. Um die Waffen aufzuwerten. Okay, wir sind mal Bescheid. Okay. Also um die Sachen auf die dritte Stufe zu bringen, brauchen wir anscheinend die Seelenscherben. Ja. Gut. Zumindest mal jetzt hier bei dem Gegenstand. Mal gucken, wie es hier ist. Hier ist es dann nochmal ein bisschen anders. Ja, logisch. Ist überall... Ah, hier brauchen wir Elite-Juwelen. Ja, bei manchen Sachen haben wir es halt schon, bei manchen halt nicht. Gut, alles klar. Ist also typischer Crafting-Gegenstand. Und jetzt speziell noch für Waffen, ne? In dem Fall. Hier brauchen wir Zunderpilz, um das Gewehr aufzuwerten. Ja, da haben wir ja ein paar am Start. Das geht ja easy. Ah, hier auch wieder leeren Splitter. Ne, das ist was anderes. Gut, alles klar. Wissen wir Bescheid, für was wir das brauchen. Also auch zum Upgraden und so. Also immer mal wieder ganz gut umsehen und die Dinge abballern. Aber wir können uns die Sachen auch bei den Hexern kaufen. Oder Hexen kaufen. Da wird ja ganz klar so gesagt. Und kann halt sein... Ah, guckt euch mal das an. Das Ding habe ich gar nicht gesehen. Ja, das macht natürlich dann Sinn, ne? Auch hier wieder Seelenscherbe. Sehr schön. Ja, so kriegen wir die Dinger. Und können sie, wie gesagt, dann noch bei den Hexen kaufen oder verkaufen. Wunderbar. Mega nice. Wer auch immer die Hexe ist. Ich denke mal, bei dem Spiel ist, was das angeht, jetzt so von der Spielstruktur, ich glaube, nichts verpassbar. Ich glaube, man hat mehrere Stellen, wo man so Sachen nochmal abgreifen kann. Ja, ich sollte mit ihr eher rumrennen. Wo man so Sachen nochmal abgreifen kann. Wie jetzt auch bei der Händlerin, die Utensilien, gleichzeitig aber auch Waffen, Rüstungsteile und so weiter. Was dann halt einfach nur mehr kostet. Da muss man mehr farmen oder sowas. Ah, hier auch interessant. Hier waren wir auch gar nicht mal so lange. Also, ja, habe ich jetzt schlechte Erinnerungen dran. Anthea, hier habe ich dich gefunden. Genau, hier waren auch noch die Kämpfe. So, hau mich mal bitte. Hau mich mal bitte. Hau mich mal bitte. Wir wollen ein bisschen den Lebensreck testen. Jetzt auch, was die Massenangriffe angeht, was wir ja gelevelt haben. Ja, hier. Ja, das heilt schon gut mit, ne. Ist schon nicht schlecht. Kann man schon nutzen. Hier, super geil. Klar, ich kriege ein bisschen mehr Damage ab jetzt. Aber ich kann ja die anderen Sachen da drauf auslegen. Jetzt auch hier wieder schöne Heilungen. Das sind ja schon heftige Angriffe, die ich hier auch raus donnere. Und immer noch eine schöne Gegenheilung habe. Klar, ist jetzt nicht sonderlich schwierig. Und defensiv nochmal Tanki und so ein Kram. Typisch Monty, aber geil. Oh, solange es so geht. Warum nicht? Hier ein bisschen Leveln, Loot, Gold, wie auch immer. Vielleicht haben wir eine schönere Stelle, wo wir das mal nutzen können. Wo wir uns hinporten können immer wieder. Und dann vielleicht ein bisschen Gold farmen können oder so. Immer ganz gut umsehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Video mache, wo ich die ganzen Teile da zeige, die man da abballern kann. Die Lampen. Aber da muss man halt überall hingucken und so. Ist jetzt nicht so schwierig, fand ich bis jetzt. Aber ich habe bestimmt auch schon welche übersehen. Ich weiß nicht, ob es einen Erfolg gibt. Ob es irgendwann heißt, hier von wegen, ja, du musst 50 Stück abgeschossen haben oder so. Das kann natürlich sein. Oder dass es einen ganz speziellen Loot noch am Ende oder irgendwas gibt. Hier scheint ein Lager dann zu sein, wenn ich die Spiellogik bis jetzt richtig verstanden habe. Hey, komm, hier muss doch eine Lampe irgendwo rumhängen. So, hier nehmen. Ach so, genau. Den da eigentlich machen. Ja, Pyrite und so. Wir holen alles nochmal mit. Also die Welt einfach ein-, zweimal so durchstreifen, macht schon mega Sinn. Hier haben wir das Lager. War hier noch so eine Lampe? Keine Ahnung. Kann sein, oder? Vielleicht, wenn ich den Blick zurückwerfe. Nee, gut. Oh, alter Kamera, hallo. Hm, gut. Nö, sie wollen nicht. Ist egal, ich bin trotzdem sehr, sehr... Äh, wo bin ich denn hier hingegangen? Hallo? Spiel? Wo ging es denn hier weiter? Weiß das noch jemand? Hä? Bin ich gerade bescheuert? Habe ich mich gerade verlaufen? Ganz kürzer Moment. Äh, wo bin ich denn da? So, Lagerfeuer, Eingang. Von der Höhle. Ja, wo laufe ich denn da gerade rum? Von hier kam ich, ne? Oder? Ja, doch, hier vom Feuer, ne? Und dann sind wir hier weitergelaufen. Und dann, was ist dann passiert? Da hinten. Und dann, wo geht es weiter? Hallo? Ach, hier? Gut, okay. Das ist ein Argument. Genau, da kam dieser merkwürdige Raum da. Oder? War das so? Bestimmt, mit den Spuren und Hinweisen und so ein Kram. Und vielleicht einer schönen Laterne. Ich nenne die Dinger jetzt Lampen. Nee, ich wollte es eigentlich gerade Laterne nennen. Warum nenne ich sie jetzt plötzlich Lampen? Alter! Monty! Gut, super spannend. Das muss man schon sagen. Super spannend ist das jetzt nicht gemacht. Ähm, die Backerkundung sozusagen. Aber jetzt auch nicht schlimm oder so. So, also genau. Und jetzt kam man an der Stelle hier nochmal zurück. Wo ich dann hier vielleicht den Blick zurückwerfen könnte. Oder mein heiß geliebtes Pyrite mitnehmen könnte. Und noch ein paar Fights machen darf. Wunderschön. Kommt mir alle her und gibt mir Loot. Es geht eigentlich mehr um Loot, ne? Weil XP gibt es nicht so viele. Was haben wir da jetzt? Wir gucken mal ganz kurz. Wir haben, ich glaube es gibt wirklich pro Begegnung nur 410 XP. Gucken wir mal. Gut, das ist jetzt eh nur ein Gegner anscheinend. Aha, ich kann mich an dir hochheilen. Stirb. Und werde gebanished. Was hat denn mal 410, ne? Ja, plus 5 EP, aber Pyrite oder was wir da jetzt bekommen haben. Wenn das nicht noch die alte Einblendung war. Aber manchmal bekommt man ja Gold und was weiß ich. Ja, also für Level ist es jetzt nicht so prickelnd, ne? Da müsste man schon einige Kämpfe machen. Außer die Gegner hier sind halt so lusch. Dass es halt noch keine Rolle spielt. Ja, das kann alles sein. Trotzdem, wie gesagt, für die Schatztruhen oder diese geheimnisvollen Schätze und so ein Schrott. Ist es super wichtig. Ja, hier war da eine Lampe. Da war auf jeden Fall noch ein Kampf. Und auch Utensilien. Ja, genau, deswegen machen wir es auch. Komm, Kampf. Kampf? Da war ein Kampf, oder? Naja, egal. Wir holen trotzdem hier Zunderpilze und alles mit. Alles Upgrade-Utensilien. Alles Gold. Also es geht mehr um Gold. Und solche Geschichten, Gold und Items farmen, als um Level farmen. Vielleicht kommt irgendwann noch eine Mechanik von wegen, auch Attributspunkte sind zu erhöhen oder sowas. Das kann ich natürlich jetzt nicht genau beurteilen. Aber bis jetzt ist es halt eben nicht so. Wo war denn da noch so eine Lampe? Jetzt, wenn wir gleich rauskommen auf das große Feld, da war eine Lampe. Also wo wir da über die Brücke mussten und so. Da war auf jeden Fall eine Lampe, weiß ich noch. Genau, die Jäger-Quest ist noch gar nicht abgeschlossen. Da könnten wir vielleicht auch noch gerade vorbeigucken. Mit den Geistern da. Das haben wir jetzt ja auch gecheckt, dass die irgendwie nochmal kommen. Oder irgendwie sowas wie eine Abschluss-Quest da noch ist. Trotzdem ist es, ähm, ich habe ja eben gesagt, es ist nicht so spannend gemacht. Aber es ist jetzt auch nicht komplett unspannend. Es ist sogar ein bisschen fair, finde ich. Genau, wir müssen mal im Kampf rumballern. Das habe ich ja auch noch gar nicht gemacht. Okay, macht auch Damage. Nice. Kann man auch drauf spielen, ne? Hier, Rums, alles klaro. Ist auch ein bisschen OP, oder? Aber klar, wir spielen hier auch Schwierigkeitsgrad normal, ne? Muss man halt immer berücksichtigen. So, hier. Ja, genau, jetzt haben wir einen gekillt. Jetzt mit einem schweren Angriff. Jetzt habe ich noch diesen 90% Damage-Schutz drauf. Das ist natürlich auch assi, ne? Jetzt hier. Wir heilen uns trotzdem dann gegen. Das ist schon krass. Also, da kann man bestimmt schöne Bilds drauf aufbauen. Oh, ja, ja, bleibt mal locker. Ben, ich bin. Und jetzt achten wir nochmal drauf, was man XP bekommen. Genau, und hier diese Kieselkabel-Dingens da. Genau, so Kleinkram halt. Aber darum geht es jetzt noch am Anfang. Oder suggeriert das Spiel, dass es darum gehen könnte. Wo ist eine Lampe? Da ist eine Lampe. War doch klar, dass hier eine ist. Komm, du musst zu weit ballern. Da ist sie doch. Seelenscherbe. Sehr schön. Wie gesagt, ob das wichtig ist, die alle abzuknallen, keine Ahnung. Ja, aber wenn man ein bisschen die Augen offen hält und mehrfach durch die Welt rennt, ich glaube, dann sollte man da schon einige finden. Auch wenn ich möglicherweise jetzt schon eine oder zwei übersehen habe. Aber ich werde hier nochmal durchrennen irgendwann. Alleine schon wegen neuen geheimnisvollen Quests oder Geisterdingens oder was auch immer. Irgendwie finde ich es auch gerade lustig. Oder um Builds zu testen, Items zu farmen und so weiter. Wer weiß, was da noch kommt. Also doch, da konnte ich hoch. War da auch eine Lampe? Könnte sein, oder? Manche sind schon ein bisschen assi versteckt anscheinend. Hätte ich jetzt gesagt. Die eine im Baum da fand ich, oder die letzte da jetzt auch, die fand ich schon mies. Oft, wo ich es entdeckt habe, war immer Kamerawechsel. Also die Gegend rückwärts ablaufen. Weil dann plötzlich hier so um die Ecke irgendwo sowas rumgehangen hat, wo die Kamera sonst nicht hingeschaut hat, sozusagen. Zum Beispiel hier, das wäre es jetzt, oder? Das wäre es. Komm Leute, das wäre es doch jetzt. Auch nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nein, anscheinend nicht. Wer weiß, vielleicht doch. Wir holen auf jeden Fall noch mal ein bisschen Kiesel-Dingens mit. War da oben jetzt sogar eine Lampe? ich bin gerade am überlegen. Hier in diesem komischen Lager, da war doch auch irgendwas. Ein Kampf, okay. So, hier, hau ihn weg. Genau, da war glaube ich so ein geheimer Schatztruhe-Dings oder sowas, ne? Was? Was für ein Nerv hast du getroffen? Das checke ich bis jetzt nicht so ganz, wann die nach vorne däschen und wann nicht. Das macht für mich immer nur begrenzt Sinn. Also wann er den Angriff weit nach vorne macht und manchmal macht er das nett. Ja, holst du dir jetzt noch einen Körper oder so, Geist? Komm, den bannischen wir jetzt mal. Ein hoher Bannischer-Schaden wäre auch nice. So, die ganzen Körper haben wir bis jetzt mal schon mal ordentlich zugesetzt. Die Geister brettern halt noch da rum, suchen sich neue Körper, das ist halt doof. So, die mache ich aber jetzt kalt. Genau, und da habe ich Schutz, wunderbar. Und der hilft mir hier gerade schon. Und da hau ich dich gerade auch weg. Wunderbar. War es das schon? Jo, nochmal. Ja, 5 XP pro Gegner. Pro so kleinen Gegner. Gut, wer weiß, was da der Endlevel ist. Keine Ahnung. So, hier nochmal Utensilien. Vielleicht kann man das aus den Erfolgen rauslesen und ihr denkt jetzt, was labert der da? Das muss man doch schon wissen. Aber ich kann die Erfolge halt noch nicht einsehen. Und da habe auch sonst gar keine gespoilerten Infos über über das Spiel. Ich habe nur noch eine gespoilerte Info. Ich glaube, ich weiß, wie der erste Boss aussieht. Das kann ich auch verraten. Das haben sie auch hier schon gesagt. Irgendwie so ein großer Geisterwolf oder sowas. Das Biest da. Ich gehe mal davon aus, dass das das ist. So ein Geisterwolf, Hund, Hirsch so irgendwas. Das erinnert ein bisschen an die Ahnengeister von Elden Ring. Oh, da habe ich noch Utensilien liegen lassen. Ah, vielleicht hätte ich von hier aus auch da hinschießen müssen. Da hätte ich es vielleicht besser gesehen. Die Lampe da. Kann gut sein, dass die eigentlich leveltechnisch hier angeordnet war. Aber mega geil. Wenn wir da schon 3, 4 Stück weggeballert haben, bin ich natürlich auch schon wesentlich auflevelfreudiger, sozusagen, was Waffen Upgrades oder generelle Upgrades der Utensilien angeht. Weil ich halt weiß, dass ich vieles hier nochmal farmen kann, dadurch Gold machen kann und vielleicht schon halbwegs gründlich durch die Welt gelaufen bin. Also einmal Backtracking drin hatte, sozusagen. Ja, wie gesagt, irgendwann vielleicht mal die Welt komplett rückwärts ablaufen oder zu einem großen Teil. Das war die Brücke, ne? Oder? War das hier? Kann ich von hier aus schon irgendwo... Ja, genau, mit der Jäger wollten wir ja noch gucken. Ja, ich glaube, wir machen doch noch eine Folge, wo wir so weitermachen. Finde ich jetzt gerade doch ein bisschen spannend halt, da so ein bisschen was noch mitzunehmen. Da unten leuchtet es böse rum. Ja, finde ich jetzt nicht so schlecht. Manches, was wir vielleicht verpasst haben, wie gesagt, die Itemvorräte noch mal aufstocken, weil wir ja doch schon auch ein bisschen was ausgegeben haben für teilweise Quatsch. Ah, die Geschichte hier noch, genau, wo wir nicht durchkamen, da haben wir das Skill noch nicht dafür. Da müssen wir... Ja, können wir eh noch nichts machen, ne? Wobei, hier ihre Dash-Fähigkeit... Ne, das stand ja auch da, von wegen ist noch nicht möglich. Da müssen wir irgendwann auch noch mal durch oder halt einen anderen Weg freischalten oder was auch immer. Und jetzt kommt die Brücke. Da möchte ich euch ganz gern halt noch zeigen, dass wir das eine Teil da noch mitnehmen. Das holen wir jetzt noch sicher mit. Die eine Lampe und dann machen wir Schluss und dann haben wir schon ein paar Lampen gesammelt. Wo war die jetzt noch mal genau? Also ich weiß schon da hinten, aber ob ich die von hier schon abschießen kann oder so. Na, hier so rüber. Und dann konnten wir da hinten ein Seil runterballern und da ging es dann runter und dann konnten wir schießen, ne? Das war das. Ich glaube, jetzt kommen wir genau an der Position raus, wo ich dann schießen kann. Und dann können wir im nächsten Part noch hier die Sache mit den Jägern hier noch abschließen. Wäre vielleicht ganz nett. Sehr schön, Seelenscherbe. Läuft doch. Wie gesagt, schon halbwegs gründlich hier der Anfang. Wunderbar. Ja, und was ich da meine? Gut, klar wird klar für die Leute, die jetzt schon länger bei mir zuschauen, was ich damit meine. Und zwar hier Spukermittlungen. Wir haben hier alles Mögliche gelöst. Allerdings hier die Fallenstelle haben wir noch nicht gelöst. Und ich habe ja von Jacob die Leiche, die verweste Leiche gefunden. Jetzt müssen wir wahrscheinlich zu Benedikt auch nochmal hin oder sowas. Dass da noch irgendwas passiert und dann kommt halt dann die Questabschluss. Wie auch immer. Gut, alles klar. Machen wir so. Vielleicht kann ich das sogar hier Spukermittlungen. Ne, kann ich nicht mehr irgendwie markieren. Das muss man dann so finden. Das machen wir in der nächsten Folge. Macht mega Laune. Hat mir jetzt gerade schon ein bisschen Spaß gemacht, da wieder so ein bisschen Backtracking zu betreiben. Das ist nicht jedermanns Sache. Aber wie gesagt, die Utensilien, die Seelensplitter, die Karte, die wir jetzt gelöst haben zum Teil. Das war ja schon mal alles ganz nett. Und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part hier an der Stelle weiter. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.